Die R&V ist das Bindeglied auf der Versicherungszeit. Vollversicherer. Sollte da vielleicht einmal hin und wieder ein bisschen Kässe auf der Lippe sein, sage ich mal so. Auf alle Fälle eine gute Laune. Und er muss natürlich wollen, das ist klar. Im Haus der R&V gibt es unzählige Möglichkeiten, was das Thema Weiterbildung anbelangt. Dass du wirklich maximale Unterstützung hast. Man wird da einfach auf Fachwissen vorbereitet. Wirklich sehr, sehr sozialer Arbeitgeber. Tägliche Arbeit von Kunden, E-Mails bearbeiten. BAV-Überprüfungen. Er berät Gewerbekunden, um ihm die optimalen Lösungsmöglichkeiten für sein Unternehmen, die ihm entsprechend darzustellen. Spezielle Konzepte zu erstellen im Bereich der Vorsorge. Mir liegt der Kunde an sich am Herzen. Ich möchte, dass der sich wohlfühlt in meiner Nähe. Ich möchte, dass der genauso beraten wird, wie ich das wünsche. Wenn Sie in Ihrer Region einen spannenden, abwechslungsreichen Job, der Sie täglich fordert, suchen, dann kommen Sie zu uns. Kommen Sie zur R&V.